Weiter geht's, wir haben in der letzten Runde die Indianer vollkommen tot gemacht. Wo sind sie denn überhaupt? Auf jeden Fall haben wir sie tot gemacht. Der Sir Carlos hat Erfahrungspunkte gesammelt. Die geben wir ihm jetzt mal gleich. Und zwar würde ich sagen, soll der mal hier ein bisschen mehr Charisma kriegen, dass die mal besser treffen. Ich hoffe, dass... Äh, ja, Manual. Als ob ich das noch hätte nach so vielen Jahren. Egal, der hat jetzt Charisma gekriegt. Und den letzten Punkt, da können wir gar nichts mit machen. Den behält er erstmal selber. Der Siedler kommt hier rüber. Und Lord Carlos, den könnten wir jetzt eigentlich hier zur Rücken schicken. Den machen wir nochmal voll und dann machen wir die nochmal weg hier. Und dann sind alle fiesen Indianer gelöscht. Tot. Weg. Finito. Ach, was ein Fest. Ich brauche nochmal einen Erkunder hier, einen Kundschafter. Wenn wir nicht irgendwo eine Kneipe. Würde ihn ausbilden können. Ich sehe nicht überhaupt nochmal aus. Das ist eine Kirche. Ach, guck mal, da ist die ausgebaute Kirche. Stufe 3 mit... Ach, ich dachte, das ist wie eine Guillotine. Das ist ein Dingens. Eine Glocke. Ich will jetzt noch irgendwo hier eine Kneipe haben. Oder irre ich mich. Ach, guck mal hier. Level 4. Boah, das sieht bestimmt cool aus, wenn es fertig ist. Das wird eine richtig schicke Stadt hier. Und jetzt bauen wir nochmal hier einfach mal eine Tavern. Ich könnte schwirren, wir haben hier irgendwo eine oder nicht. Na, dann kommt hier nochmal eine Kneipe neben die Kirche. Bei den Holzfällern. Wie sich das gehört. Ähm. Hier können wir gar nichts mehr machen. Lob. Mensch, Lob. Hast du denn jetzt irgendwo eine Goldmine? Eine Goldmine. Eine Goldmine. Ach, Lob, was machst du denn da? Ach, Lob, ach, Lob, ach, Lob. Ach, Katastrophe. Ach, hier haben wir das neue Schiff. Dann bauen wir jetzt nochmal hier einen Siedler. Und dann bauen wir hier nochmal einen Leader. Dann können wir da mal ein paar Soldaten mitschicken. Den nennen wir John Smith. Nein, den nennen wir... Mr. Nokia. Auf, weil mein Handy hier gerade vor mir liegt. Mr. Nokia. Nee, das ist irgendwie nicht... Nee, komm. Mr. Nee, Mr. ist auch... Was? Die Graf, muss das sein? Earl, oder... Ich überlege gerade, was wäre denn der Name? Ähm. Ähm. Das ist Sergeant Pommes Bude. Sergeant Pommes Bude ist ein tougher Typ. Der kann ganz viel angreifen. Der hat auch ganz viel Charisma. Ähm. Kann ich ganz viel Zeit angreifen. Hat aber ein bisschen mehr Charisma und ein bisschen mehr Movement hier. Und irgendwie so finde ich das toll. Hier, komm. Dann machen wir nochmal hier... Da ein weniger. Da ein mehr. Und dann so. Und dann passt das auch alles. Und dann bauen wir hier für den nochmal ein paar Soldaten. Und dann... So. Und so. Und so. Komm hier. So. Der geht jetzt hier rein. Ach, geht natürlich immer noch nicht. So. Yes. Sir Carlos geht in die Stadt. Sir... Äh. Sergeant Pommes Bude geht auch in die Stadt. So. Und jetzt wollen wir hier mal so ein bisschen Soldaten tauschen. Der ganze Schrott kommt nach Belkentown. Die ganzen kaputten Leute. Erst gar nicht regenerieren die sich. Das sieht nicht danach aus. So. Sergeant Pommes Bude kriegt nochmal ein paar Infanterie. Und eine Kavallerie oben drauf. Und nochmal eine Kanone. Und hier so ein Teil hier. Und so ein Teil hier. Damit, wenn dann wieder Indianer sind, damit die uns nicht gleich wieder die Bude einreißen. So. Sergeant Pommes Bude geht jetzt raus. Denn der geht auf das Schiff. Der Siedler geht auf das Schiff. Und der Explorer auch. Den wir jetzt hier ausbilden können. So. Noch mal hier ausbauen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Immer nur Soldaten gebaut. Aber das Dorf da. Das ist lächerlich. Das tut uns ja nichts. Das ist einfach nur da. Und hat Leute drin. So. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben genug Arbeit. Sehr schön. Wir haben genug Essen. Wir haben genug von allem. Alle Spitze. Haben wir denn auch Steuern bezahlt? Nein. Das machen wir jetzt nochmal flott. Der geht jetzt schon mal in das Schiff rein. Und wir werden die Runde. Nee, warte. Was ist das denn hier? Oh, da müssen wir hier noch ein Dingens bauen. Da ist ein Berg. Das ist blöd. Da bauen wir den jetzt mal hin. Die letzte Stadt war ja reichlich unspektakulär. Ich will aber am Friedenfluss durch eine Stadt haben. Ich finde das cool. Ja, komm hier. Nein. Am Friedenfluss. Der ist da. Hier. Da. Da. Nein. Am Friedenfluss. Am Friedenfluss. Nein. Noch ein Stückchen dichter. Sonst kann ich da nichts bauen. Der ist jetzt nicht gerade genug. Was ist denn hier los heute? Ach, egal. Sergeant Pommesbruder geht auf das Schiff. Er geht auf das Schiff. Er geht auf das Schiff. Oder auch nicht. Geht er da hin? Geht das Schiff da hin? Geht das vielleicht? Er geht auf das Schiff. Ach, weil es ein Level 1 Schiff ist vielleicht. Ah, das kann natürlich sein. Cargo hole 30 von 300. Warte mal. Cargo? Da ist ein Siedler drauf. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ach, ganz ehrlich. Todgehe. Nein, komm, du kannst hier exploren. Was ist irgendwas sinnvolles hier? Schiff. Prinz Rupert. Das ist ein Name. Passt zu dem Schiff. Völlig nutzlos. So. Prinz Rupert. Der Rupert ist da längs. Hier bauen wir jetzt nichts. Da können wir nichts bauen. Ach, nächste Runde. Oh, wir sind richtig abgestürzt hier. Steuern. Steuern. Immer wieder steuern. So. Nochmal höher. Ganz tolle Stufen. Mehr Stufen. Komm, die Kneipe können wir jetzt nochmal ausbauen. Und hier, das können wir auch nochmal ausbauen. Und das da nicht. Und das da auch. Und hier nochmal nicht. Und da nochmal nicht. Will ich hier was machen? Nee, alles kaputt. Will ich hier noch was machen? Ja, Level 4 will ich aber haben. Wo muss ich den Schrott bauen, wenn ich das gute Zeug jetzt bauen kann? Ja, ihr müsst warten. Tut mir leid. Ach, genau. Und du gehst nochmal hier mit rüber zu denen. Da haben wir dann... Wir haben jetzt in diesem Kontinent gut erkundet. Und die Indianer sind weg. Die sind... Ach, warte mal. Komm hier. Das kannst du nochmal wegmachen. Hier bauen wir die neue Kolonie hin. Found-Kolonie, mach doch. Mach doch einfach. Da. Da. Hier. Da geht das. Das ist doch eine blöde Stelle. Ich will doch nur am Frittenfluss eine Stadt haben. Komm, wir bauen die jetzt einfach an den Fluss. Der legendäre Flussfluss. So, Rundebänden. Ja, seitdem unsere Stadt kaputt gegangen ist, haben wir irgendwie so ein paar Punkte verloren. Warum bloß? Flussstadt. Oder wo die Indianer hießen, was da eigentlich heißen. Aber wie heißt sie jetzt? So ein Indianerfriedhofstadt. Ja, Flussstadt. Passt doch. Mit Doppel-Drei-S, wie auch immer. Fluss, das, 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 das. Boat, boating. Dock. An den Fluss. Und... Eine Farm. Hier hin. An den Fluss. Und... Ein Holzdings. An den Fluss. Und... Ein Haus. An den Fluss. Und... Eine Goldmine. Oh. Oh, die bringt sogar da was. Und... Eine Eisenmine. Und... Eine Kirche. An den Fluss. Und... Weißt du, schön war... Noch ein Haus. An den Fluss. Und... Bach, wüsst ihr was? Den Rest kann ich selber machen, glaube ich. So. Denn gleich werden wir... Wenn das Schiff irgendwann mal fertig ist... Aber der sieht ja schon ganz vernünftig aus hier, der Dock. So. Wenn das Schiff irgendwann mal fertig ist da hinten, dann bauen wir die nächste Insel aus. Und zwar wird das dann... Eine von den beiden sein. Werden wir sehen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns weiter um Bacon Town, dass es wächst und gedeiht. So. Typi. Erkunde mal hier so schwarzes Zeug. Das ist hässlich. Level 4. Bauen. Level 4. Bauen. Nächste Runde. So. Sir Carlos. Du hast gleich noch ein Dorf zu vernichten. Das kennst du ja schon. Sir Carlos. Oh. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Äh, das ist ja blöd. Wie soll ich denn jetzt da von unten die Leute da... Hm? Achso. Ganz komisch. Musst du dann irgendwie so schieben und so. Ein bisschen ungewohnt, aber es funktioniert. Ist auch schon etwas älter, das Spiel. So. Hören wir noch. Gutes Zeug. Nur gutes Zeug nimmt er mit. Der Sir Carlos. Gutes Zeug. Naja, der ist... Der ist ein bisschen angesch... Ach komm, der darf die Stadt bewachen. Und Sir Carlos verlässt den... Die Stadt. Mit... Leuten. Ganz vielen Leuten. Und Sir Carlos geht da hin und macht sie tot. Warte mal. Sind die überhaupt befeindet? Sind sie. Wechauen. Die Story. So. Und in der Zwischenzeit bauen wir natürlich nochmal hier ein bisschen Zeug. Ach, warte mal. Schiff, was fehlt uns denn dafür? Vier Metall, zwölf Zeug, bla 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 bla. Zeug. Ganz viel Zeug. Gut, irgendwann in den nächsten paar Runden haben wir das Schiff fertig. Und jetzt greifen wir erstmal das Indianerdorf an. Und zwar in der nächsten Runde. Und zwar in der Zwischenzeit. 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 Und zwar in der Zwischenzeit.